Willkommen zu einem neuen Snapshot Video und zwar dreht sich heute alles um den Snapshot 13W41A und den Snapshot 13W41B und diese bringen wieder neue Dinge in das Spiel rein, so wie dieses bunte Glas hier. Mehr dazu und zu allem anderen, wie immer, gleich nach dem Intro. Hmm, vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere von euch, Moment mal, wir haben gar nicht Donnerstag, es ist schon Sonntag oder noch später, wenn ihr das Video später anschaut. Warum stellt ihr jetzt einen Snapshot vor? Das ist ganz einfach, ich möchte euch den Snapshot nicht vorenthalten, da ihr eben einige Sachen in das Spiel einfügt, die ich euch gerne zeigen möchte. Allerdings war ich am Donnerstag nicht zu Hause und bin erst gestern wieder nach Hause gekommen, so dass ich erst heute dieses Video machen kann. Ich hoffe, ihr versteht das und akzeptiert das und nächsten Donnerstag gibt es dann hoffentlich wieder ein rechtzeitig aktuelles und vernünftig gutes Video. Nun fangen wir dann aber auch einfach mal an und zwar mit dem bunten Glas. Dieses gibt es nun wie Wolle und auch das bunte Clay in all den Farben, die es eben in Minecraft gibt. Es müssten 15 Stück sein, wenn ich es richtig weiß und natürlich gibt es auch noch das normale Glas. Die Herstellung ist sehr einfach, ihr benötigt dafür einfach nur 8 Glas und einen Farbstoff, so wie hier, La Peslazuli geht dafür, aber auch jede andere Farbe, Knochenmehl und rotes Rosenzeug zum Beispiel, könnt ihr einfach für rotes Glas nehmen. Dann könnt ihr dieses ganze Glas herstellen, aus 6 mal dem Glas könnt ihr auch die Glasscheiben herstellen. An denen hat sich auch noch einiges verändert, mehr dazu gleich. Und ihr seht dann hier, die Farben heben sich alle ein wenig voneinander ab. Ist ganz nice, dass es das jetzt endlich gibt. Und man kann damit jetzt ganz tolle epileptische Fallen bauen. In Kombination mit einigen Super Secret Settings, so wie diesem hier, sieht das Ganze übrigens ziemlich cool aus. Das hat schon irgendwie was, wie das jetzt hier aussieht, nur kann man trotzdem nicht wirklich so spielen. Und auch sehr schön zu betrachten ist das Ganze dann im LSD-Mode. Nun ist es auch möglich, einzelne Glasscheiben und Eisengitter untereinander zu verbinden und diese mit Glasblöcken zu verbinden. Mit Eisblöcken geht dies immer noch nicht, aber somit könnt ihr nun auch verschiedene Glasscheiben und Eisengitter miteinander verbinden, um buntere, größere Flächen zu erstellen. Und ansonsten hat das keinen wirklichen Grund und keinen wirklichen Sinn, aber man kann jetzt die ganz bunte Kombination machen und damit bunte Scheiben bauen. Braucht man halt. Etwas, was viele gar nicht wussten, ist dieser Transparent-Bug, der im Wasser entsteht. Wenn man im Wasser ist, dass man dahinter Glas oder auch Eis nicht mehr sieht. Das war nicht vom Spiel gewollt, so wie es auch auf vielen Adventure-Maps immer mal wieder benutzt wurde in Labyrinthen und Co. Nein, das ist ein Bug. Nun endlich wurde das gefixt und man kann durch Wasser hindurch auch noch Eis sehen, Glasscheiben oder auch Portale, die ich jetzt hier aber nicht aufgebaut habe. Ein paar Änderungen wurden noch an dem ganzen Kram vorgenommen, der im Server-Interface zu sehen ist. Allerdings kann man euch das noch nicht wirklich zeigen, denn das Ganze nutzt noch keinen Server, da so gut wie kein Server auf diesem Snapshot funktioniert. Server können sich nun Server-Icons festlegen, die dann wahrscheinlich hier links angezeigt werden. Diese Message of the Day, beziehungsweise die Daten, die ihr seht, wenn ihr da so drüber zaut, wie zum Beispiel hier, Hypixel Lobby, Play Now, Double Coins Weekend, können nun in mehreren Zeilen stehen und es können auch neue Dinge verwendet werden. Außerdem wurde der ganze Netzwerk-Code etwas verändert und neu geschrieben, so dass es etwas sicherer ist, besser funktionieren soll und es auch nicht mehr so häufig zu diesen Abstürzen kommen soll, die in den letzten Tagen sehr häufig kamen, dass man nicht mehr auf Server joinen kann. Ein paar kleinere Änderungen gab es noch in den Video-Settings hier. Dort sieht das alles nur etwas anders aus und ist anders angeordnet. Ansonsten hat sich hier aber nichts verändert und es gibt auch nichts Neues, was ihr auswählen könnt. Natürlich wurden auch wieder noch einige Bugs gefixt, wie zum Beispiel das Teppich nicht brennen konnten. Das ist jetzt möglich, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber auf jeden Fall ist der Bug gefixt worden. Dann setzen wir uns jetzt nochmal an unser Lagerfeuer und genießen ein wenig den abbrennenden Teppich, während ich mich von euch verabschiede. Das war es nämlich von diesem Snapshot-Video und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Hier rechts oben seht ihr das letzte Update-Video zum Snapshot 13W39A und links oben die letzte Mod-Review. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und eine Bewertung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss, tschüss.